Wo warst du in meiner Vorbereitungszeit? Einfach sämtlichen Quatsch, wie rückwärts laufen, hat er sich dann plötzlich ausgedacht. Das sind einfach so Sachen, wie kommt man da drauf? Und was machst du so, Morten? Ich bin der Tod. Hm? Ähm, um präzise zu sein, ist ja mein Tod. Alles klar? Sonst noch was? Ich weiß, das klingt jetzt völlig bescheuert, aber er ist wirklich mein Tod und er wollte mich heute schon holen. Und ich war auch schon ein bisschen am Sterben, aber dann hast du geklingelt und dann ging das nicht und jetzt sitze ich hier und ich lebe. Noch? Noch? Du bist mir nur vorläufig von der Schippe gesprungen. Ich bin ihm nur vorläufig von der Schippe gesprungen. Ihr seid einfach zwei Vollidioten. Boah, das hat ja super geklappt. Sie ist ja wirklich ne Neppel. So lebendig. Toll! Glückwunsch zum neuen Film. Mich interessiert vor allem natürlich, habt ihr das Buch vorher gelesen und das Drehbuch. Was hat euch daran interessiert, gereizt, dass ihr unbedingt dabei sein wolltet hier? Also ich habe das Drehbuch zuerst gelesen, dann den Roman dazu. Dann das Hörbuch angehört, dann einmal ein Skype-Gespräch mit Charlie gehabt, was merkwürdig war, weil es mitten in der Pandemie war und irgendwie super rucklig und hat sich völlig unreal angefühlt. Und dass man sagt, okay, wir machen jetzt diesen Film zusammen. Und das, ja, also das waren die einzelnen Schritte. Und gereizt hat mich, ich finde dieser Roman ist einfach irrsinnig, irrsinnig gut und besonders und strange und super eigen. Und das sind erstmal alles Eigenschaften, die ich an einem Stoff immer gut finde. Ja. Ja. Bei mir war es, ich habe auch zuerst das Drehbuch gelesen, dann den Roman. Und habe mich dann einfach gefreut, die Sophia spielen zu dürfen, weil ich sie eine wahnsinnig coole Lady finde. Und es so unaufgeregt war, wie mit dem Thema umgegangen wird. Und das fand ich spannend für mich. Es ist natürlich immer so ein bisschen strange, wenn man einen Film über den Tod in irgendeiner Form oder Art und Weise macht. Inwiefern habt ihr euch damit zuvor auseinandergesetzt? Wie habt ihr euch vorbereitet auf das Ganze? Ich glaube, das Thema, das ist mit Glück in unglücklicher Weise ein Thema, das uns ja sowieso beschäftigt. Also das war nichts, wo man sich in die Gedankenwelt einfügen muss. Wie weiß ich nicht, wenn man jetzt so einen Investmentbroker oder sowas machen würde und denken würde, wow, was ist das? Wie funktionieren diese Leute? Sondern es ist so, also in den besten Szenen des Films führt er ja so sehr in so eine tiefe menschliche Erfahrung, die jeder und jede von uns machen wird oder bereits gemacht hat. Und das ist erstmal für ein Projekt ein riesiges Geschenk, dass man automatisch emotional daran angebunden ist und das einen nicht kalt lässt. Die Vorstellung davon, wenn man das wirklich real nimmt und sagt, der eigenen Mutter sagen zu müssen, Es ist bald vorbei. Allein die Vorstellung davon gibt mir jetzt wieder Gänsehaut, weil man muss sich nichts vorstellen dabei. Es ist da. Also insofern, die Vorbereitungszeit war relativ wenig dafür emotional. Ja, und es ist ja auch ein Thema, was man nicht zu Ende vorbereiten kann. Es ist ja immer neu und immer anders und auch von den eigenen Lebensphasen abhängig, inwieweit du dich da gerade aufmachen willst, auch dem Thema gegenüber. Es wird auch Phasen geben, wo man sagt, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Oder wo man dem total aufgeschlossen ist und da Fragen hat oder plötzlich Antworten hat, die man ein Jahr vorher vielleicht nicht hatte. Also ich finde, das ist immer was, was man wieder neu beackern muss. Das macht es eben auch so schwierig manchmal. Ich fand ja ganz interessant an dem Film, dass er nicht nur sich mit dem Thema Angst vor dem Tod beschäftigt, sondern das Ganze ja sogar ein bisschen umkehrt und die Angst vor dem Leben eigentlich so ein bisschen auch mit aufgreift. Also so habe ich es zumindest interpretiert. Darf ich das klauen von dir? Weil ich würde es auf jeden Fall in anderen Interviews anbringen. Das finde ich richtig gut. Genau, da wollte ich halt nur fragen, wie ihr dazu steht. Also gerade weil ja auch Einsamkeit ein sehr wichtiges Element ist für die Hauptfigur ja auch. Ich bin gerade voll geflasht. Das ist eine richtig tolle Beschreibung. Ja, dieser Mensch hat Angst vor dem Leben. Mehr als vor dem Tod. Mehr als Angst vor dem Tod. Dass er sich eher wirklich einen schnellen Tod wünscht als ein erfülltes, langes Leben. Das ist ziemlich erstörend. Das ist sehr deep. Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Wo warst du in meiner Vorbereitungszeit? Was mich dann aber noch natürlich interessieren würde, also es geht ja so ein bisschen darum, dass der Tod ja auch ausgetrickst wurde jetzt in dem Moment. Wenn es wirklich diese Möglichkeit geben würde, ich meine, wir wissen alle nicht, wie das so mit dem Tod jetzt in der Wirklichkeit sozusagen abläuft. Gäbe es da irgendwas, was ihr unbedingt dann noch machen würdet oder wo es hingehen sollte nochmal in diesen vielleicht drei Minuten, wenn es wirklich nur so ist wie in dem Film. Also wenn ich schon darüber nachdenke, kriege ich sofort Torschlusspanik, weil ich gar nicht, ich möchte Schnaps trinken, ich möchte rauchen, ich möchte mein Kind ziehen, ich möchte alles auf einmal so. Und jetzt geht natürlich nicht. Ja. Also insofern würde man wahrscheinlich einfach nur da sitzen und nichts machen, oder? Ich glaube, bei mir wäre es ein letzter Old Fashioned, weil einfach so und vielleicht die ersten paar Minuten von There Will Be Blood einfach anmachen. Das wäre jetzt so meine Wunschvorstellung, wenn ich sagen würde, okay, gut, ich habe dran, schnell, das. Ja. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, mal ja. Was mich noch interessiert hat, ist das nicht vielleicht etwas zynisch, dass man den Tod, dass man da einen Roadtrip inszeniert, der ja eigentlich schon fast so eine Abenteuerreise ist, so eine fast schon fröhliche Abenteuerreise in diesem Film. Ist das nicht irgendwie schon fast zynisch, das so anzugehen? Aber es ist auch ziemlich clever, finde ich, das so anzugehen, weil es natürlich der Tod eben auch eine Reise ist und wir machen halt ein Roadmovie draus. Man hätte es vielleicht auch mit Flugzeugen machen können, aber es ist ja nicht so spannend, weil da ist man ja schon im Himmel. Ja. Insofern bleiben wir schön auf dem Teppich. Ich mochte diese Bilder dazu, dass man mit dem Tod auf Reisen geht und das wirklich so nimmt, wie das Sprichwort es sagt. Ja. Und das ist so, ich finde das porträtiert Deutschland so geil, weil Deutschland, das Autofahrerland, ist einfach, es passt einfach dazu. Dass man einfach auf der, die letzten Tage seines Lebens verbringt man auf der Autobahn. Das ist, that's German. Das stimmt, ja. Ich hatte vorhin gerade schon von Charlie und Taze gehört, dass es sogar noch eine zweite Action-Szene eigentlich gab, die jetzt gar nicht im Film vorkam. Könnt ihr vielleicht kurz mal anreißen, was da noch geplant war eigentlich, oder was da noch passiert ist, was ihr gedreht habt? Welche waren das? Das war die, als sich die beiden Tode ganz am Ende begegnen. Also Rainer ist tatsächlich bei seinem Sohn angekommen und hat so eine Aussprache mit ihm und dann taucht der böse Tod wieder auf. Und dann kämpfen die beiden miteinander und der Sohn von Rainer rennt auf den Tod zu und umarmt ihn. Und mit der philosophischen Haltung, wenn man jemanden umarmt, kann er einen nicht schlagen. Und dann ist er total machtlos. Und das fand ich eigentlich immer was total Schönes. Ja. Das klingt echt gut. Ja. Aber in der Konsequenz für unseren Film wäre es gar nicht gut, weil das würde heißen, der kleine Sohn muss auch sterben. Ja, genau. Also das war einfach, das funktioniert gar nicht. Das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. No way. Eine letzte schnelle Frage noch. Habt ihr so einen ganz besonderen Moment am Set gehabt, der euch in Erinnerung bleiben wird, was euch einfach begeistert hat? Also mich hat wirklich jeden Tag aus Neue unser Tod in Form von Marc Hosemann begeistert, der so eine unglaubliche Lust daran hatte, Sachen auszuprobieren. Und der natürlich auch in seiner Figur die absolute Narrenfreiheit hatte, einfach sämtlichen Quatsch, wie rückwärtslaufen, hat er sich dann plötzlich ausgedacht. Das sind einfach so Sachen, wie kommt man da drauf? Aber das kann er natürlich alles machen. Und das war jeden Tag eine große Freude. Und ich war immer gespannt, was heute passiert. Das stimmt. Das stimmt. Jeder einzelne Moment mit Marc Hosemann. Weil man denkt, der Satz, Sie haben noch drei Minuten, ist halt der Satz, Sie haben noch drei Minuten. Aber wenn Marc kommt und sagt, Sie haben noch drei Minuten, warum schreit der mich so an? Was ist das? Und es ist einfach immer toll. Das klingt herrlich, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ist es hier endlich mal wieder ein bisschen Action bei mir, weißt du? Das wird ein Vergnügen. Das wird ein Vergnügen.